Ich weiß nicht, ob die Jugend sich jetzt in diese Situation kann einleben, wie wir. Man hat, es war schon fünf Jahre Krieg, immer mehr sind gefallen, immer ärger war es, was so ist. Eigentlich war keine richtige Zukunft für uns und durch das kommt mir vor, ist man noch eher gestärkt in diesem Widerstand gegangen und hat geholfen, wo halt Not war.